Mein Mädelsmann, was hast du wieder angestellt? Oh nein, nimmst du es mir übel? Ich nähe es dir furchtbar übel, dass du mir meine Salami weggegessen hast. Oh nein, dabei hat sie so gut geschmeckt. Hätte ich es nicht getan. Dann wirst du jetzt viel besser wegkommen. Jetzt nämlich musst du zwei Tage lang nur Käse essen. Nein, nimm die Strafe wie ein Mann. Tast dich auf, du. Große Hintetik war die Salami. Und die Moral von der Geschichte? Große Salami ist man nicht. Guten Tag, was wollen Sie hier? Also ich will hier mal ein Schnittchen essen. Ihr Schnittchen mit Käse? Nein, mit Salami. Salami ist hier verboten. Na gut, dann gehe ich eben raus. Genau. Na gut, tschüss. Wiedersehen. Na gut, dann gehe ich eben raus. Oh mein Gott. Aber ich sage trotzdem, Billy Gates, du wirst da hängt.